Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man sieht, ist es hier mal eine etwas andere Umgebung. Das liegt davon, dass ich mir mittlerweile eine kleine Werkstatt eingerichtet habe mit meinem 2er Golf im Hintergrund. Und zu meiner Linken hier haben wir mal wieder den selbernen Trimmerhaufen. Warum ist der jetzt in der Werkstatt? Ganz einfach, der verliert Kühlwasser. Und die Frage ist, wo verliert er denn das Kühlwasser? Und weil ich da die letzten Tage schon einmal drunter lag, aber nicht wirklich irgendwas identifizieren könnte, wo die Quelle sein könnte, muss jetzt einmal die ganze Front ab, denn meine Vermutung ist, es liegt entweder am Thermostatgehäuse oder an der Wasserpumpe. Und das bedeutet, die Front muss ab, beziehungsweise in Service-Stellung, Zahnriemen einmal runter, beziehungsweise die Zahnriemenabdeckung und einmal gucken, ob es denn daran liegt. So, und wenn es dann daran liegen sollte, dann muss der Zahnriemen auch runter. Und ich dachte mir, da bietet es sich vielleicht an, einfach direkt mal ein Video zu drehen, weil wenn der Zahnriemen runter muss, dann muss er auch wieder rauf. Und da kann man auch gleich mal erklären, wie man an diesem tollen Fahrzeug mit dem 2,4 Liter V6 Motor den Zahnriemen auswechseln kann. Oder auch noch die Wasserpumpe oder das Thermostatgehäuse. Na ja, ihr seht es je nachdem, wie der Videotitel lautet. Jedenfalls machen wir uns jetzt erstmal daran, von dem Audi so weit auseinander zu kloppeln, dass man irgendwie da vorne dran kommt. Ich weiß, man kann das auch alles auseinanderbauen, indem man die Front einfach in Service-Stellung zieht. Das ist mir aber zu blöd, weil das ist mir zu eng, um die 15 Minuten mehr Arbeit, da gerade den kompletten Schlossträger loszumachen und auch die Kühlerschläuche zu lösen, weil das Kühlmittel muss ja hier runter, die mache ich mir einfach dafür, dass ich dann am Ende mehr Platz habe und besser arbeiten kann. Fangen wir einfach mal damit an, die Unterbodenhappe abzumachen, das Kühlwasser abzulassen und als nächstes widmen wir uns dann dem Stoßfänger, der muss auch runter, und dann den gesamten Schlossträger und vielleicht sehen wir dann auch schon, wo der Kühlmittelverlust denn herkommt. Fangen wir mal an. Richtig Bock auf die Scheiße. Die Unterbodenpappe kriegen wir gelöst, indem wir einmal diese Schraube und dann diese Schraube und da hinten gibt es auch noch drei Schrauben in der Reihe. Und hier diese Plastikschrauben, das sind alles Schlittschrauben, rausdrehen und die Unterbodenpappe erstmal abbauen. Und nachdem das passiert ist, sieht man auch hier an der Ölwanne schon wunderbar irgendwelche Laufspuren vom Kühlmittel. Ich vermute, es kommt irgendwo aus der Richtung, denn hier am Träger bzw. am Gegenlager vom Motor, da sind so Laufspuren dran. Das sieht man so ein bisschen, die dann natürlich vom Fahrtwind hier unten drunter verteilt werden, aber hier hinten sieht man schon wieder eher nichts. Reißen wir das Ding mal weiter auseinander und dann sehen wir weiter. Als nächstes widmen wir uns drei Zehner Muttern auf jeder Seite, um den Stoßfänger zu lösen. Auf der rechten Seite in Fahrtrichtung muss man dafür wahrscheinlich das Radhaus ein bisschen lösen, damit wir da dran kommen mit einer langen Verlängerung. Hier ist das Radhaus und da sitzen die drei Zehner Muttern. Auf der anderen Seite kommen wir einfach von unten da dran und deswegen mache ich die jetzt schon mal los. Und dann gibt es auf jeder Seite auch noch zwei Zehner Schrauben. Der eine ist hier, die andere sitzt hier unten, die dann den Stoßfänger auch noch so ein bisschen fixieren. Die müssen natürlich auch raus. Und auch wenn wir den Stoßfänger jetzt noch nicht losnehmen, kann man die Lüftungsschlitze hier schon mal rausziehen. Zwei Gitter auf jeder Seite. Hier drunter befindet sich dann die Schraube, die die Schürze erst richtig festhält. Und hinter dieser Schürze verbirgt sich eine Kreuzschlitz-Plastikschraube, mit der wir das Kühlmittel schon mal ablassen können. Das ist jetzt hier auf den Off-Harrampen natürlich nicht ideal. Das werde ich nachher nochmal machen müssen. Aber um den Großteil schon mal rauszukriegen, sollte das eigentlich funktionieren. Also machen wir das schon mal. Und dann pieselt er da auch schon fröhlich raus. Nachdem das geschehen ist, können wir den Audi wieder von der Auffahrrampe runternehmen. Dann geht eigentlich alles andere auch so. Da muss man von unten nicht mehr viel machen. Außer vielleicht diese drei Mutter von der Frontschürze. Aber das kriegt man auch so hin, wenn man das Rad einschlägt. Das ist halt ein bisschen hakelig, aber natürlich machen wir nur ohne Hebel. Nachdem das erledigt ist und die drei Zehner-Muttern auf jeder Seite gelöst sind, kann man mit einem 8er-Imbus, besser ist natürlich, man hat das als Nuss für die Ratsche, von hier unten, da wo man die Lüftungssäter herausgenommen hat, die zwei Imbusschrauben einmal hier und einmal hier lösen. Anschließend mit Sandflagge Wald die Frontschürze hier aus den Seiten rausziehen. Und dann die andere Seite. Was man jetzt nicht vergessen darf, ist, dass hier immer noch die Stecker von den Nebelscheinwerfern und der Hupe dran ist. Die muss man natürlich dabei auch abziehen. Hat man die Frontschürze schon mal ab, dann kann man sich direkt auch hier den Klammern von den Kühlmittelschläuchern widmen. Bei älteren Fahrzeugen empfehle ich da einfach, diese Klammern einfach komplett rauszuziehen. Dann haben wir hier oben eine Klammer. Die gleiche Klammer findet man auch unten an dem Kühlmittelschlauch, der zum Kühlerpaket geht. Und wenn man ein Automatikfahrzeug hat, dann muss man auch noch hier die Leitung vom Automatikgetriebeölkühler losnehmen. Das sind zwei Zehner-Schrauben. Einmal hier oben und eine zweite sitzt weiter da unten. Das geht mir jetzt leider schlecht. Ungefähr da hinten, wo die rostige Schelle ist, da ist der zweite Anschluss. Hat man das fällig, hat man auf jeder Seite zwei Torx-Schrauben. Einmal da, einmal da. Den Motorbautenzug muss man rausnehmen. Und die Gummidichtung. Den Bautenzug kann man hier aus der Entriegelung ganz einfach in die Richtung rausziehen. Und wenn man damit fertig ist, kommt man zu diesen drei Schrauben auf jeder Seite. Plus eine Zehner-Mutter, die das ganze Ding da festhält. Die muss man dann auch lösen. Aber wenn man das dann alles gelöst hat, dann kriegt man den Schlossträger da auch eigentlich relativ easy runter. Man muss halt klar darauf achten, dass man die Kühlmittelschläuche da vorher noch runterzieht. Da tritt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Kühlwasser aus. Und die Klimaanleitungen würde ich empfehlen, gar nicht erst abzumachen, sondern den Schlossträger dann insgesamt einfach so ein bisschen zur Seite zu legen. Das geht dann auch. Dann kann man den Notfalls, wenn man die Karre rausschieben muss, auch nochmal provisorisch dranhängen mit den Torx-Schrauben oben drin. Und das geht dann irgendwo auch. Nachdem ich das letzte Mal ein fehlendes Werkzeug gestrich durch die Rechnung gemacht habe, habe ich mir mittlerweile das Werkzeug organisiert. Es ist wieder ein anderer Tag. Die Karre stand wieder drei Tage rum und es ist nichts passiert. Aber jetzt geht es weiter und ich habe mir in der Zwischenzeit überlegt, ich werde erst mal die Front, bis ich diagnostiziert habe, was denn da kaputt ist, dass da so viel leckt, dass man doch nicht abnehmen, sondern eine Servicestellung bringt. Dafür fehlen mir leider die Pinne, auf denen man den Schlossträger dann hin und her schieben könnte. Die habe ich leider nicht, aber das geht auch anders und das zeige ich euch auch wie. Mit dabei ist auch die Cap-Kamera und dann sieht man auch ein bisschen besser, was ich denn da eigentlich tue. So, fangen wir mal an. Wie gesagt, fangen wir damit an, hier unten die drei Torx-Schrauben auf jeder Seite zu lösen. Damit fangen wir mal an und dann geht es hier oben gleich weiter. Und ich glaube, dann haben wir schon genug Platz, um mal irgendwie sehen zu können, was denn da der Effekt ist. Knarre, Verlängerung und Torxnuss. Nummer eins. Die wundern, die knorzen so ein bisschen. Aber die gehen relativ easy los. Der Werkstattfunk ist auch mit dabei. Und dann drehen wir die raus. Man sollte dann natürlich auch einmal gucken, ob alle Schrauben gleich lang sind oder ob da irgendeine länger ist. Und die dann natürlich irgendwie markieren, dass man weiß, wo die längere Schraube wieder hinkommt. Ist jetzt hier nicht der Fall. Die Zirnermuttern hier muss man meines Wissens nach nicht abmachen. Weil ich glaube, die halten einfach nur das Ding daran fest. Ja, genau, die kann man dran lassen. Die Schrauben legen wir beiseite. Und dann geht das Ganze hier weiter. Das sind auf jeder Seite zwei auch solche Torxschrauben. Die müssen raus. Und dann hat man jeweils hier oben auch noch pro Seite zwei Torxschrauben. Die muss man auch lösen. Ich sage ganz bewusst erstmal lösen, denn jeweils eine Schraube pro Seite kann man sicher weglegen. Aber eine brauchen wir noch pro Seite. Denn wenn ich die jetzt löse oder die, dann kommt mir der komplette Schlossträger hier entgegen. Ich kann die aber verwenden, um den Schlossträger mit dem hinteren Loch am vorderen Gewinde zu befestigen. Da sollte man auf jeden Fall, wenn man die losschraubt, ein Knie vorm Schlossträger haben. Und natürlich sollte man auch wirklich alle Schrauben vorne lösen. Da habe ich nämlich eine übersehen. So, und dann können wir ganz vorsichtig den Schlossträger ein bisschen nach vorne wackeln. So, auf der Seite ist er schon gelöst. Nehme ich mir hier wieder ein Schräubchen. Setze hier einfach an. Dann kann er nämlich nicht abhauen. Und das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Zu doll dran reißen sollte man hier dran jetzt nicht. Denn da sind natürlich noch die ganzen Kühlerschläuche. dran und die Leitung vom Automatikgetriebeöl. Aber so leicht vorziehen, das ist gar kein Thema. Und dann sieht man auch schon, dass die Front hier komplett gelöst ist. Natürlich hängt er unten noch an den Schläuchen. Aber wir haben hier vorne jetzt auf jeden Fall halbwegs genug Platz, um ein bisschen zu arbeiten. Und nachdem das geschehen ist, haben wir genug Platz, um bei aufgelegten Keilriemen die drei 5er Inbusschrauben schon mal zu lösen. Da muss man die nämlich auch nicht gegenhalten. Und als nächstes mit einer 17er Nuss oder einem gekröpften Ringschlüssel den ganzen Keilriemen entspannen und abnehmen. Vorher natürlich die Laufrichtung von dem Keilriemen irgendwie markieren, damit er in derselben Laufrichtung auch wieder dran kommt. Ich verwende da immer die Nomenklatur Pfeil nach rechts. Dann muss man einfach nach rechts zeigen, also in Fahrtrichtung nach links zeigen. Macht einfach irgendwie eine Notiz darauf, in welche Richtung der aufgelegt werden muss, damit ihr den genau wieder so auflegen könnt. So, die Schrauben sind angelöst. Als nächstes gehen wir mit der Knarre auf die 17er Nuss. Mal gucken, in welche Richtung ist denn entspannen. Anscheinend nach rechts. Dann ziehe ich den Riemen in die Scheibe von der Servopumpe runter. Die Riemscheibe von der Servopumpe bleibt am besten drauf, bis der Riemen gelöst ist. Ansonsten hast du da Grand Crack de Malheur. Bei der Gelegenheit kann man den auch gleich einmal kontrollieren. Durchgeht. Wir sehen hier nirgendwo großartige Risse drin, dass die hier quer eingerissen werden, die Lamellen. Der ist also noch vollkommen in Ordnung. Der wird weiterverwendet. Nehmen wir die Riemscheibe ab und das natürlich ohne, dass die Schrauben runterfallen. Und dann haben wir die abgemacht. Anschließend müssen wir den Spanner für den Keilriemen ausbauen. Der sitzt hier und da hat er hier auch eine Inbusschraube, die wir ausschrauben müssen. Dann kriegen wir auch den Rest von der Zahnriemenabdeckung runter. So, und das Ganze geht natürlich schneller, wenn man die passende Inbussnuss hat und da nicht die ganze Zeit umsetzen muss mit einem blöden Schlüssel. Die läuft noch gut, aber die ist ganz schön laut. Damit man die mal fetten kann oder vielleicht mache ich sie auch einfach neu beiseite legen. Mittlerweile haben wir hier Front ab. Wie gesagt, wenn man ein Automatikfahrzeug hat, muss man beachten, dass man einmal hier und einmal hier noch die Anschlüsse von den Automatikgetriebeölkühlern hat. Dann hier unten noch den Kühlwasseranschluss. Der tropft ja auch noch fröhlich vor sich hin. Das ist alles ein bisschen blöd zum Abnehmen. Den hier oben kriegt man relativ gut ab. Das ist eigentlich kein Thema. Ja, und bevor man die ganze Front abnimmt, kann man hier auch noch den, oder sollte man, die Riemenscheibe von der Servopumpe abnehmen. Am besten sogar noch, wenn der Keilriemen drauf ist. Der Visco-Lüfter ist einfach mit einer dicken Mutter auf Riemenscheibe befestigt. Wenn man den ablegt, immer darauf achten, dass der halbwegs hochkantig steht, damit er nicht ausläuft. Der Visco-Lüfter ist an dieser Riemenscheibe befestigt. Da brauchst du einen Hackenschlüssel für. Hier reingehen und dann die Mutter abdrehen. Ganz wichtig ist ein Linksgewinde, das heißt nach rechts abdrehen. Und diese Riemenscheibe ist immer ein bisschen kacke. Okay, da hast du hier Inbusschrauben. Die beiden gehen immer noch ganz gut los. Da hatten wir noch wenig Probleme. Aber hier drin sitzt noch eine Inbusschraube. Sieht man jetzt leider schlecht. Und hier durch dieses kleine Loch muss er auch noch durch. Da ist auch noch eine Inbusschraube. Das ist alles, naja, gelöst. Und wenn die rund sind, dann hast du richtig kacke am Dampfen. So, und dann kann man sich, nachdem man noch den Spanner vom Keilriemen abgenommen hat, der Kurbelwelle widmen, beziehungsweise dem Zahnriemen. Da brauchst du einen 24-Jährigen Maulschlüssel für. Den kannst du hier draufstecken. Und eigentlich sollte man irgendwie über die Kurbelwellenriemscheibe und die Zahnriemenabdeckung das Ding dann auf OT drehen. Ist aber ein bisschen blöd, weil so eine Riemenabdeckung kann sich auch immer mal ein bisschen verschieben. Ich finde das nicht ganz optimal gelöst. Viel besser ist es da. Und ganz wichtig, wenn man den durchdreht, immer nur in Laufrichtung des Motors, also rechts rumdrehen. Da man sich für das Einstellen der Steuerzeiten bei diesem Motor sowieso Spezialwerkzeug kaufen sollte. Klar kann man das auch mit Markierungen irgendwo oben an den Nockenwellenrädern machen. Finde ich aber blöd, weil es gibt Spezialwerkzeug dafür und das hat auch seine Gründe. Dann sollte man das nutzen. Und bei diesem Spezialwerkzeug ist so ein Dorn mit dabei. Und dieser Dorn kommt da hinten in den Motorblock rein. Sieht man, jetzt schlecht ist das silberne Teil unterhalb von der Inbusschraube. Und da sitzen Verschlussstopfen neben der Inbusschraube, im Prinzip direkt unter dem Motorlager mit einer Zehner Schraube. Die kannst du rausschrauben und dann den Motor durchdrehen, bis er so halbwegs auf OT steht. Dann solltest du da mit deinem Finger auch schon irgendwie so eine Bohrung erfüllen können in der Kurbelwelle. Dann kannst du diesen Dorn oder diesen Fixierdorn, wie er bei VW genannt wird, einfach da reinschrauben und dann verstellt sich die Kurbelwelle auch nicht mehr. Das finde ich ziemlich genial gelöst, weil man diesen Verschlussstopfen erst einmal gefunden hat. Ich habe auch in den ganzen Videos zum Zahnriemenwechseln an diesem Topmodell auch keinen gesehen, der diesen Fixierdorn verwendet hat. Aber dann noch relativ fix gefunden. So, und jetzt kann sich die Kurbelwelle nicht mehr verdrehen. Wir können ein Spezialwerkzeug für die Nockenwellen einsetzen und den ganzen Kleideradatsch da mal abbauen, um die Wasserpumpe austauschen zu können. Denn die ist leider ein wenig undicht. Und mit ein wenig meine ich so gut 5 Liter auf 100 Kilometer. So, hat man das ganze Grafnel jetzt auf OT gedreht, muss man darauf achten, dass hier die großen Löcher in den Nockenwellenrädern gegenüberstehen, also nach innen Richtung Kurbelwelle. Denn dann haben wir die passenden Steuerzeichen. So, und dann kann man dieses Spezialwerkzeug da auch einsetzen. So, ein bisschen drehen muss man da vielleicht erst an der einen Nockenwelle ansetzen und dann an der anderen. So, und weil sich das Ganze jetzt schön hier gegeneinander verkeult, dann können wir die Nockenwellenräder jetzt auch schon mal grob anlösen. Die brauchen wir noch und dann können wir uns dem Zahnriemen widmen. Der hat hier sein Spannelement, beziehungsweise die Spannrolle. Und diese Spannrolle müssen wir jetzt zurückdrücken, damit wir hier den Spanner fixieren können und den Zahnriemen überhaupt irgendwie loskriegen. Dazu heben wir uns ein in den Inbus an der Zahnriemen-Spannrolle. Am besten holt man sich vorher schon den Inbus-Schlüssel, den man dann da reinsteckt. Der 2 mm Inbus, den steckt man dann schon mal hier so provisorisch rein und kann danach diese Druckstange arretieren. Der Druckstange vom Spannelement ist arretiert, kann den Inbus-Schlüssel rausziehen und das läuft. So, jetzt können wir den Zahnriemen auch schon abnehmen. Vorsicht, da ist eine Unterlegscheibe drunter, die kommt gleich wieder. Und dann können wir den Zahnriemen... Oh, ganz wichtig! Darf ich den ja wieder verbinden? Markieren wir uns vorher in Laufrichtung des Motors, in welche Richtung der denn gelaufen ist. Gucken, dass man so ein bisschen ziehen und drücken. Man könnte jetzt auch die Spannrolle hier noch ausbauen haben. Lassen wir die Kirche mal im Dorf. Den Zahnriemen von den Nockenwellenrädern runterkommt. Ich habe mich doch entschlossen, die blöde Rolle hier abzunehmen. Damit geht es wahrscheinlich doch ein wenig leichter. So, kleine Knarre, 10er Nuss. Hey ho, let's go! So, hier noch ein Motor, der natürlich wegfallen muss. Das müsste alles ab sein und die Wasserpumpe kann hier raus. So, die alte Wasserpumpe ist raus. Korpus, wie liegt die Wasserpumpe, wird erneuert. Die neue habe ich hier schon mal rausgeholt mit der neuen Dichtung. Ich mache da auch immer ein bisschen Dichtmasse dran, auf beide Seiten. Denn die Dichtfläche hier, die ist schon uralt. Und da haben wir bestimmt so minimale Pitting-Bildung, dass das ganze Ding einfach nicht mehr richtig eben ist. Was man dann gut mit ein bisschen Dichtmasse, und ich sage ganz explizit ein bisschen Dichtmasse, ausgleichen kann. Wenn man, nachdem man die Dichtfläche hier einmal schön mit einem Messer gereinigt hat, die alten Dichtungsreste entfernt, macht man die dann schön sauber mit ein bisschen Bremsenreiniger. Da nehmen wir uns wieder die Wasserpumpe. Stecken schon mal so zwei, drei Schräubchen da rein. Damit sich die Dichtung dann auch nicht irgendwie verabschieden kann, während wir die ansetzen. Und weil die Dichtung eben von den Schrauben festgehalten wird, kann die dahinter jetzt auch nicht verrutschen. Ganz wichtig, bevor man die Schrauben festzieht, erst alle ansetzen, denn sonst verzieht man womöglich die Wasserpumpe, beziehungsweise setzt die verzogen an. Das wollen wir nicht. Schön, genau wie bei Rädern, auch über Kreuz. Und das ist wunderbar plan vor den Block gezogen. Anzugsdrehmoment für die 6er Schrauben sind meine ich irgendwas zwischen 15 und 20 Newtonmeter, also gut handfest. Am Ende noch die beiden Muttern der Zahnriemenabdeckung hier dran machen. Die haben mit der Abdichtung der Wasserpumpe gar nichts zu tun. Die einfach gut festziehen und fertig ist. Neue Wasserpumpe ist drin, die Riemen und die Spannrolle ist auch wieder drauf und mit einem passenden Drehmoment festgezogen. So, um den Zahnriemen jetzt wieder aufzulegen, wir sind ja fertig, setzt man dieses Spannwerkzeug, dieses Spezialwerkzeug zum Einstellen der Steuerzeiten wieder an, damit sich die Nockenwellen nicht verdrehen, denn die Steuerzeiten der Nockenwelle werden wirklich nur über diese Platte mit den zwei Löchern da drin eingestellt. Die Nockenwellenräder müssen sich beim Auflegen des Zahnriemens hier wirklich frei bewegen lassen. Die Steuerzeiten werden nur über dieses Spezialwerkzeug eingestellt. Dazu nehmen wir das wieder da drauf, lösen die Schraube ein bisschen, geben wir mit dem Abzieher da drauf und dann hat sich das Nockenwellenrad auch relativ einfach gelöst. Das ist gar nicht so fest angezogen. Das bekommt nur 55 Newtonmeter, deswegen kriegt man das von seinem Kegelpressverband auch wieder ganz gut runter. Zunächst nehmen wir uns den Zahnriemen, gucken, wo wir uns die Markierung gesetzt haben für die Laufrichtung. Den Pfeil sehe ich jetzt wieder da. Das heißt, der Zahnriemen muss auch in die Richtung wieder aufgelegt werden. Ich mache jetzt mal ein bisschen Platz schaffen hier. Dann legen wir den Riemen schon mal so grob hier rein. Fangen wir unten an der Kurbelwelle an, den Riemen aufzulegen. Denn das macht man am besten immer entgegen der Laufrichtung des Motors. Unten an der Kurbelwellenriemscheibe an. Können wir schon mal so lose hier drüber legen. Unten an der Riemen scheibe ist es ein bisschen fummelig. Und dann kann man den da schon mal auf die Riemen schieben. So, vom Kurbelwellenrad gehen wir jetzt hier zur Umlenkrolle. Von der Umlenkrolle. Schon mit so ein bisschen Vorspannung auf das Nockenwellenrad. Auch hier drauf achten, den schön bündig da drauf zu legen. Von da aus auf die Wasserpumpe. Und von der Wasserpumpe aus zum letzten Nockenwellenrad. Kann man den so mit sanften Hand schlägen. Auf die Nockenwelle drücken. Auf das Nockenwellenrad. Und weil die Nockenwelle eben über das Spezialwerkzeug blockiert wird. Und die Steuerzeiten, da wir die Kurbelwelle unten auch abgesteckt haben, definitiv passen. Ist das alles wunderbar. So, und weil jetzt der Zahnregen aufgelegt ist, können wir die Spannrolle komplett entspannen. Wir drücken wieder in den Stift hinein. Und lassen die Spannrolle dann einfach los. Und der Zahnriemen ist hier spannend. Unsere Steuerzeiten passen. OTA, eine Kurbelwelle ist abgesteckt. Das heißt, jetzt werden die Nockenwellenräder wieder auf ihren Kegelpressverband hier draufgeschraubt. Mit der Schraube kriegt es erstmal 30 Newtonmeter und danach nochmal 55 Newtonmeter und damit geht es so weiter. Und der Rest ist im Prinzip Schema F. So wie wir es ausgebaut haben, brauchen wir es auch wieder zusammen. So, wenn wir die Nockenwellenräder dann mit 55 Newtonmetern festgezogen haben, dann nehmen wir den Fixierdorn hinten raus, drehen den Motor zweimal durch, zweimal den Motor durchdrehen, dass die Kurbelwelle wieder auf OT steht. Dann nehmen wir uns nochmal unser Nockenwellen- Einstellwerkzeug und Sie sehen, Kurbelwelle steht auf OT. Nockenwellenabstecken funktioniert immer noch. Vorgespannt ist die ganze Schose. Alles taco. Kein Ventil schlägt beim Durchdrehen auf den Kolben. So, und dann geht es im Zeitraffer wieder an den Zusammenbau. So, und dann geht es wieder an den Zusammenbau. Ja, dann geht es tragedy. Allein im ZDF, verabschiedet hat. Bis zum nächsten Mal. So, und dann geht es um das ganze Scholes. Und dann geht es, Wir machen das gorgeous, wir komen. Wir machen das ganze Schole. Und dann geht es um das Ganze ein bisschen Und dann geht es um das ganze Schole. Und dann geht es um aud teleportieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020